Donnerstag, der 2. Juli, bringt die neuesten US-Beschäftigungsdaten, also erfahren Sie mit unserem Wirtschaftskalender mehr. Ich bin Jeanette McLaughlin. Der britische Nationale House Press Index für Juni liegt zunächst um 6 Uhr vor. Der Index stieg im Mai weniger als erwartet nach einem unerwarteten Gewinn von einem Prozent im Vormonat. Der britische Bau PMI für Juni folgt um 8.30 Uhr. Der Index hat im Mai etwas an Boden gewonnen, nach einem enttäuschenden Rückgang auf 54,2 Punkte vor einem Monat. Der Erzeugerpreisindex der Eurozone für Mai folgt um 9. Der Index kroch im April tiefer, durch einen Rückgang der Energiepreise um 0,6 Prozent nach unten gezogen. Zwei genau beachtete Updates aus dem US-Arbeitsmarkt erscheinen um 12.30 Uhr, darunter Beschäftigungsbericht für Juni. Der vorige Bericht kam besser als erwartet, wobei die Gehaltslisten am stärksten seit fünf Monaten stiegen. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden zugleich aktualisiert. Erstanträge stiegen um 3.000 in der Woche zum 20. Juni. Bestehende Ansprüche stiegen um 22.000 in der Woche zum 13. Juni. Kanadische Herstellungs-BMI für Juni kommt um 13.30 Uhr. Nach drei rückläufigen Monaten nahm der Index im Mai das Wachstum auf und liegt jetzt nur einen Bruchteil im negativen Bereich. US-Industrie-Auftragseingänge für Mai folgen um 14 Uhr im April, sanken sie wegen schrumpfender Aufträge für langlebige Güter. Nach einer Pause wird um 23.30 Uhr der australische Serviceindex für Juni bekannt gegeben. Die Gesamtzahl sah wenig Veränderung im Mai. Australischer Einzelhandelsumsatz für Mai ist für 1.30 Uhr nachts geplant. Im April blieb die Zahl unverändert. Um 1.35 Uhr kommt der japanische Service-BMI für Juni. Im April wuchs er um weitere 0,2 Punkte. Auf Wiedersehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Topplan des ZDF für funk, 2017 ! Untertitelung des ZDF, 2020